Wie man sieht, habe ich jetzt auch noch ein bisschen Pech mit dem Wetter, weil da unten ist Erto, das geht zwar jetzt relativ steil runter, aber ich denke ich bin so in einer Stunde oder so da und dann gönne ich mir erst mal ein Frühstück oder eine Pizza oder so, wenn es das da gibt. Die ganze Nacht hat es auch geregnet und gewittert und ich habe auch nicht so gut geschlafen. Deswegen mal gucken, ob ich dann heute noch weiter gehe oder ob ich morgen irgendwie einen Ruhetag mache und naja, erstmal gönne ich mir eine kleine Pause im Warmen. So, es hat aufgehört zu regnen, aber die Wettervorhersage für heute Abend ist auch nicht besser, das heißt, es regnet wieder. Deswegen trockne ich schon mal meine Sachen. Hier kurz und ich habe mich jetzt beschlossen, hier im Tal weiter zu gehen, anstatt wieder in die Berge zu gehen, weil da gibt es wieder ein paar knifflige Kletterstellen. Wenn es regnet, habe ich da nicht so Bock drauf und ich bin auch nicht mehr ganz so selbstbewusst wie am Anfang. So, und anstatt mich da oben durch die Berge zu quälen, wandere ich jetzt, okay, auf einer Straße, aber hier durch das schöne Tal. Ich hoffe, ich habe noch ein paar Stunden gutes Wetter. Morgen wird es wahrscheinlich wieder gewittern. Na ja, mal gucken, wie es weitergeht. Ich bin erfolgreich, sehr erfolgreich durchs Tal gekommen. Ich habe zwei Gläschen Sekt von zwei netten Italienern bekommen und den Rest des Stückchens durchs Tal, wurde ich auch noch mitgenommen von einer anderen Gruppe. Ja, jetzt gehe ich den Berg hoch, versuche noch ins Biwako zu kommen, aber man sieht es jetzt nicht. Aber es fängt natürlich gerade mal wieder an zu regnen und die haben mir gesagt, es sind noch so ungefähr drei Stunden hoch. Durch vielleicht eine halbe oder eine Stunde. Jetzt muss ich noch schön zwei Stunden hier durch den Regen. Aber dann bin ich wenigstens im Trockenen. Also wenn das Biwako dann da auch steht, wo es stehen soll. Aber die kannten sich hier gut aus. Deswegen wird es wahrscheinlich stimmen. Ja, und dann schalte ich nochmal live vom Biwako, wenn ich es geschafft habe. Da ist es das Biwako. Von der Aussicht her hat es sich auch gelohnt. Aber ich bin klatschnass und scheiße müde. Und ich mache mich jetzt da rein. So, ein unwundervoller Morgen am Tag 4 meiner Wanderung. Da unten vor dem Zipfel müsste man eigentlich die rote Biwak-Schachtel sehen, in der ich geschlafen habe. Ich muss jetzt noch so 300 Höhenmeter über den Pass. Und dann habe ich auch erstmal meine Höhe oder das Gröbste geschafft. Naja, ich hoffe der Steig hier ist nicht so anstrengend. Aber es ist schönes Wetter. Und ich bin ganz gut erholt. So, ich bin oben auf dem Pass. Jetzt noch einmal steil runter. Ich hoffe dann war es das erstmal für heute mit steilen Bergpfaden. Und generell wird mir jetzt auch die Route insgesamt sehr viel leichter. Ich habe zwar kein Klettersteig-Set, aber die ganzen Klettersteige werde ich einfach auslassen. Und dann andere Routen gehen. Ich mache mich mal auf den Abstieg. So, von da oben komme ich. Da oben ist der Pass. Und jetzt habe ich ungefähr die Hälfte geschafft. Jetzt muss ich noch da runter. Puh, das ist auf jeden Fall echt anstrengend, als hier so eine Gorillhalde runter. Na, wenigstens ein paar ganz gute Markierungen da. Und zum Glück habe ich zwei Stöcker mit, die helfen echt ungemein. Also wirklich wunderschöne Hütte des Alpenvereins. Ich weiß nicht, ob es hier vom Alpenverein ist. Jedenfalls wunderschönes Refugio hier in den schönen Bergen. Natürlich klasse mit Dieselreaktor. Schön hier am Laufen. Das macht wirklich das Ambiente perfekt. Also ich kriege mich echt nicht mehr ein. Das ist der Wahnsinn. Na gut. Bei mir geht es jetzt hier durch so schöne Waldwege ins Tal, wo ich ein bisschen Essennachschub kaufe. Aber ich habe eigentlich auch noch genug. Weil ich ja durchs Tal getrampt bin, bin ich alles ein bisschen schneller gewesen. Na ja. Heute soll es glaube ich mal nicht regnen. Morgen soll es regnen. Aber das ändert sich vielleicht noch. Hoffentlich ändert sich das noch. Ja. Dann geht es hoch in die sechsten Dolomiten. Zu den 13. Bin ich schon mal gespannt. Morgen oder übermorgen. Mal gucken, wie schnell ich bin. Also jetzt hier auf diesem Pfaden bin ich halt sehr viel schneller unterwegs, als auf diesen schwierigen Bergpfaden. Die habe ich echt unterschätzt, muss ich sagen. Und ich bin jetzt wirklich ganz froh, dass es hier mal schön seicht, schön langsam, ganz eben, gut ausgeschildert, so weiter geht. Na ja. Das waren Tag 3 und 4 der Wanderung. Und abends habe ich es dann im Wald gezeltet, ganz unspektakulär. Aber hier sind noch ein paar schöne Fotos.